Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Tipps und Tricks. Heute melde ich mich einmal aus dem Wald, hier aus der Rettenbachkamm bei Graz und heute ausnahmsweise kein Computer-Tipps-Video, sondern ein Dankeschön-Video für 700 Abonnenten. 700 Menschen folgen mir jetzt schon ständig auf diesem Kanal und ich habe jedes Mal eine Freude, wenn ein neuer Abonnent dazu kommt. Ja und ich möchte die Chance ergreifen und euch ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest wünschen. Habt ihr eine gute Zeit, geht es raus in die freie Natur. Wir haben alle ein sehr turbulentes 2020 hinter uns und wenn der Kanal schon Tipps und Tricks heißt, dann vielleicht ein kleiner privater, zwischenmenschlicher Tipp. Ihr nehmt euch gesund, biologisch und wenig Zucker. Ich weiß es ist schwierig über die Feiertage. Kombiniert mit frischer Luft und wenn es nur ein Park ist, schaut die Welt gleich ganz anders aus. Ich bin hier mit meiner GoPro Hero 8 unterwegs. Die Settings findet ihr am Ende des Videos, blende ich euch natürlich gerne ein. Es wird hier schon langsam dunkel und deshalb habe ich hier Spezial-Settings verwendet. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Ja, so sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Baba, Servus und auf Wiedersehen. Musik Musik Vielen Dank.